Hallo Leute, es ist jetzt ein bisschen Verwunderung und eigentlich mit ein bisschen Trauer auch dabei, dass ich jetzt dieses Video mache, weil Moslem- oder Islam-Apologeten immer noch nicht sich dazu durchringen können, einfach mal ehrlich zu sein und einfach nur mal zuzugeben, dass es wirklich Probleme im Koran gibt. Vor allen Dingen, wenn es um die Erbschaftsverteilung, das Farait geht. Das sind jetzt mehrere Fehler. Ich werde versuchen, jetzt nur auf einen einzugehen und das richtig zu machen und dann auch anhand eines Fallbeispiels das wirklich mal festzumachen, dass man da nicht irgendwie hin und her springen kann. Weil es ist ein mathematisches Problem. Es ist ein echter Fehler, den man nicht wegdiskutieren, nicht schönreden und auch nicht weginterpretieren kann. Weil es eben, ich kann nicht sagen, du kriegst eine halbe Apfelsine, du kriegst eine halbe Apfelsine, du kriegst eine halbe Apfelsine und du kriegst eine halbe Apfelsine. Wenn jeder Viertklässler weiß, dass das nicht geht, dass das nicht stimmt, da ist also irgendwas verkehrt. Und genauso ist es hier. So, wenn ich jetzt also die Befehle, die Anweisungen von dem Koran nehme, dann kann ich die natürlich einfach so benutzen und versuchen, die theoretisch zu lösen, aber einfacher ist es wirklich mit einem Fallbeispiel. Das heißt also, wenn ich jetzt mal so ein Szenario kreiere, ich habe also Moslem-Eltern, die haben einen Sohn, der Sohn heiratet und dieser Sohn und seine Frau haben drei Kinder, drei Töchter. So, und der macht jetzt irgendwas und der wird dabei umgebracht. So, das heißt also, er hinterlässt jetzt seine Eltern, seine Ehefrau und die drei Töchter. Und um es wirklich noch einfacher zu machen, es gibt also kein Testament, es gibt also keine Verfügungen, er hat keine Schulden, sondern es ist wirklich nur diese Elemente Eltern, also Vater, Mutter, Ehefrau, drei Töchter. Mehr gibt es da nicht. So, und wenn ich mir jetzt die Kommandos im Koraner gucke, dann gibt es also drei Bereiche. Das heißt also, es sind Kapitel 4, 11, 12, dann kommen 164 oder so Sätze dazwischen und dann hat jemand gemerkt, oh, wir haben noch was vergessen und da ist noch was hinten dran gehalten. Obwohl, das Kapitel 4 hört auf. Ich meine, das hört, alles hört sich wunderbar an und irgendwie hat dann einer gemerkt, nee, da müssen wir noch was dran packen. Und hat dann den 176 nochmal hinten dran gehalten. Wie das passiert, weiß ich nicht. Jetzt nehmen wir also diese Elemente, also Töchter, die kommen dann in 4, 11 vor, Mutter und Vater auch und die Ehefrau in 4, 12. 176 brauchen wir hier nicht. Das ist also sehr einfach. Also so sieht es zumindest jetzt auf. Und irgendwann merken wir dann, dass es doch nicht so einfach ist und dass dann Allah nicht so weise und allwissend und so weiter ist. So, wenn ich jetzt den Koran ernst nehme und sage, dass der Koran wirklich das Wort Gottes ist, eines perfekten Gottes. Und wie er sagt, mit perfekten Inhalten, wo alles erklärt ist, wo es keine Zweifel im Koran gibt. Dann sollte ich eigentlich diesen Koran ernst nehmen und auch ernst nehmen können. Das heißt also, wenn ich jetzt in diesem Fallbeispiel von den Eltern, der Schwiegertochter und den drei Enkeln und ich sage jetzt, wir haben ein Erbe, sagen wir mal, das besteht aus 240.000. Ob das jetzt Dollar, Pfund oder Euro oder was, ist ja egal. Und wenn ich jetzt in Kapitel 4, Satz 11 nehme und dann mir angucke, okay, für diese drei Töchter, das heißt also, für die wird jetzt festgesetzt, dass die zwei Drittel vom Erbe bekommen, von dem, was er hinterlässt. So, da gibt es jetzt nichts, was man daran rumdeuten kann, das sind zwei Drittel. So, zwei Drittel von 240.000, vierte Klasse, Grundschule, relativ einfach, also das sollte eigentlich noch jeder mit nachvollziehen können. Ich nehme also 240.000, teile das durch drei, das sind also dann 80.000, multipliziere das mit zwei, was ja zwei Drittel sind und komme dann auf 160.000. Und das sind dann zwei Drittel von den 240.000, die zu vererben sind. Das war ja nicht so schwer. So, wir haben jetzt also erfolgreich demonstriert, wie man den Koran umsetzt in das tägliche Leben, also Befehle, die das tägliche Leben regeln sollen, also wie das die Politik macht. Also lassen wir jetzt die 160.000, die behalten wir jetzt hier. So, und jetzt tun wir dasselbe für die Mutter, wo wir dann sagen, 240.000, die kriegt ein Sechstel, also 240.000 geteilt durch sechs. Das sind 40.000, das ist ein Sechstel. Das ist ja auch nicht schwer. So, für den Vater machen wir das genauso, weil der Koran, der das Wort eines perfekten Gottes sagt, ein Sechstel für alle beide, für jeden von ihnen. Weil die ja Kinder hatten nämlich die drei Töchter. Also 40.000 für die Mutter tun wir hier nach oben und 40.000 für den Vater. So, jetzt haben wir noch die Ehefrau übrig, wo es sagt, wenn du Kinder hast, also das kannst du ja wörtlich absehen, dann steht ihnen ein Achtel zu von dem, was ihr hinterlasst. So, das ist ganz einfach. Das heißt also, ich mache es wieder genau dasselbe. 240.000, Gehalt durch acht, 30.000. So, nicht schwer. Das kommt jetzt auch auf die Liste. So, und jetzt addieren wir das alles. 160.000 plus 40.000 plus 40.000 plus die 30.000 für die Mutter und wir kriegen ein Gesamtergebnis von 270.000. Wie bitte? Irgendwie, naja, also das, was hinterlassen wird, also Gesamterbmasse ist 240.000, aber verteilt werden 270.000. Das heißt also, Gott sagt, wir sollen 270.000 verteilen, wir haben aber nur 240.000. Das heißt, wir haben hier, ups, ein Problem. So, jetzt gibt es Leute wie We-Leitner zum Beispiel, die haben geguckt, was haben Leute früher darüber gesagt. Und der geht jetzt in die ganzen Manuskripte von Khwarizmi, dem bekannten Mathematiker im Islam, was der vor tausend Jahren darüber gesagt hat. Und das ist nun wirklich chaotisch. Weil er nimmt ja, also einfach nur einfache Mathematik und algebraische Funktionen von den alten Sumerern und Griechen. Also es ist nichts Neues, was der gebracht hat, sondern er bringt das einfach nur zusammen. Und das wird auch nicht so schön, wie wir das heute nennen, also x plus y und so weiter, sondern eher in den Prosa, um das Ganze zu demonstrieren und irgendwie dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und er schafft das nicht. Und dieser Heinrich Wie-Leitner, der hat jetzt geguckt, wie das in diesem Buch von Khwarizmi durchgeführt wird und merkt, der schafft das nicht, der kriegt das nicht hin. Der hat also die Wertverteilung von Sklaven berechnet, aber er schafft das nicht mit dem Erbe. Dann bei Brill, gucken wir mal, was der so gesammelt hat. Und da finden wir eine riesige Liste von Gelehrten, die alle schon hier was beigetragen haben. Und keiner, naja, nicht keiner, aber die unterscheiden sich und teilweise gravierend. Da gibt es also sehr unterschiedliche Ansätze. Und da sehen wir, dass diese drei kurzen, sehr simplen Abschnitte tatsächlich hochkomplex werden, weil sie einfach falsch sind und nicht umgesetzt werden können. Das heißt also, die sind nicht nur willkürlich, das heißt also zum Beispiel, die Eltern können mehr erben als die Kinder oder Enkel zum Beispiel, sondern sie sind auch falsch. Das heißt also, weil eben 270.000 jetzt in diesem Beispiel verteilt werden sollen, sind also Muslime, die das schon vor 1.000 Jahren erkannt haben. Die Sunna übrigens, die hilft ihr nicht. Also das haben die es noch nicht gemerkt. Also nach 200, 300 Jahren ist dieser Fall noch nicht aufgetreten. Man ist auch nicht so streng nach Koran vorgegangen, sondern es ist erst sehr viel später dann bemerkt worden. Und deswegen hat Mohammed dazu nichts gesagt, wir finden da nichts dazu. Und deswegen haben Menschen, ist dieses Awal, dieses Aul, diesen Ansatz einfach, haben die erfunden und haben gesagt, wir werden das proportional reduzieren und damit kommen wir ja den Wünschen des Gottes am meisten entgegen. Das heißt also, alles was die machen ist, wir gucken uns das mal an, weil wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwelche Rechner nehmen, die Scharia-konformen Rechner, da passiert auch was Wundersames. Die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach Madab, je nach Ansätzen, je nach Verteilung. Überall passiert was anderes. Das heißt also, der Koran wird plötzlich zu einer unverbindlichen Empfehlung. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie ein Moderner, ich weiß gar nicht, ob das ein Gelehrter ist oder nicht, wie er das Schritt für Schritt macht. Ich habe jetzt ein Beispiel gefunden, wo er genau dieses Beispiel dann nimmt. Er hat dann noch einen Bruder drin, aber den lässt er hinterher raus, weil der dann völlig konfus wird. Und da kann man jetzt von den Berechnungen sehen, er kommt auch auf diese 27 Anteile, was nicht passt. Und deswegen streicht er jetzt erstmal die Anweisung seines Gottes einfach durch. Und er setzt die Anweisung seines Gottes durch menschliche Anweisungen. Indem er nämlich nicht sagt, nein, wir können keine 24. nehmen, sondern wir müssen 27. nehmen. Und das unterscheidet sich natürlich gravierend von den Anweisungen im Koran. Und wenn ich jetzt das nachvollziehe, was er vorschlägt, wenn ich jetzt sage, okay, die drei Töchter, die kriegen jetzt nicht mehr also ein 24., sondern ein 27. Da kommen jetzt sehr krumme Zahlen bei raus. Also die drei Töchter kriegen dann irgendwas, 142 irgendwas. Und die Eltern kriegen nicht 40, sondern 35.000. Und die Ehefrau wird dann hier berücksichtigt mit 27.000 oder fast 27.000. So, wenn ich das jetzt ein bisschen aufräume und Nachkommastellen usw. jetzt ein bisschen aufrunde und abrunde, komme ich auf 240.000. Also tatsächlich die Erbschaft, die zur Verfügung steht. Alles wunderbar, arithmetisch. Aber wir haben ein riesen Problem. Weil wir haben ja, wir müssen uns nur erinnern, der Gott hat ja gesagt, die kriegen zwei Drittel, also 160.000. Menschen sagen, wir benutzen jetzt Berechnungen, wir benutzen die Mathematik, wir benutzen unser Gehirn und wir benutzen die Grundsätze von Aul. Und da kommt dann 140 irgendwas raus. Also nochmal, der Koran, das perfekte Wort eines perfekten Gottes, ein Gott, kein Mensch, ein Gott, sagt, wenn Frauen mehr als zwei, dann kriegen die zwei Drittel. Also wenn das Gesamterbe 240.000 ist, dann heißt das 240.000 geteilt durch drei mal zwei sind 160.000. Anders geht es nicht. Jetzt kommen Menschen, die nehmen jetzt die Scharia als Basis und sagen, nein, 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 160.000 geht nicht, die kriegen nur 140 irgendwas. Das heißt, Gott sagt 160.000, die Moslem-Gelehrten sagen 140.000. Wer hat denn jetzt recht? Ist der Koran ohne Fehler? Ist der islamische Gott ohne Fehler? Ist der Koran klar und alles ist perfekt und wunderbar erklärt? Wer entscheidet dann, ob ein gehorsamer und ergebener Moslem in den Himmel kommt oder in die Hölle geht? Der Gott des Islam oder menschliche Gelehrte? Ja, man sollte es eigentlich tun, was ein Gott dir gesagt hat. Aber was, wenn der Gott dir einen Fehler gemacht hat? Was ja offensichtlich der Fall ist. Oder Menschen haben den Koran verfälscht und der Koran entspricht nicht den goldenen Tafeln im Himmel, dem Ur-Koran. Ist ja auch möglich. Also nochmal, alle 160 und die Gelehrten 140. Wer hat jetzt recht? Wer entscheidet? Und ich berichte nur. Ich zitiere und zeige nur, was im Koran steht. Ich schwöre, ich habe das nicht erfunden. Also kann ich nicht die Schuld haben an dem, was im Koran steht. Ich habe das nur dargestellt und ich behaupte, das ist ein unwiderruflicher, unwiderlegbarer, unwider was immer Fehler im Koran. Okay, schönen Dank für die Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem anderen Video. Ciao, for now!